ab geht's auf geht's drei tage wach ja und das ist die einleitung hallo herzlich willkommen zu groß raccoon breakpoint mit mir alle wochen 1990 und mit mir laverance auf feuer halli hallo ja wir haben ja letztens aufgehört mit rosebud silverback habe ich jetzt schon angenommen und wie gesagt ihr verpasst halt nichts wir haben halt schon die fünf kilometer flug überwunden das heißt das brauche ich nicht zu beraten aber rausschneiden deswegen ja mal ganz entspannt hier mal durchgehen ok raketenwerfer wollte ich jetzt nicht ich wollte aber ich wollte einmal eine sensorgranate haben das so ein bisschen was hier aufdecken da ist nämlich relativ viel gerade unterwegs so wie zum beispiel der sniper da hinten oder nein 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 nicht so wie das mörser dingens was dort steht das nehmen wir halt ebenfalls mit der hat mich zwar okay mehr oder weniger nur gesehen ja ja als nächstes gibt es halt wie gesagt hier silverback ist ja ja keine ahnung ich sag mal ja ist ja an sich ein mini post zwischen post was das halt irgendwie ist keine ahnung bevor es halt schlussendlich dann doch noch gegen den guten cole walker gegen heute übrigens der 28 9 guten aufnahmemarathon machen wir jetzt gerade samstag sonntag heute montag davor halt relativ viel kennst du die wochentage krass alter ja krass heftig ja kann wo muss man können ist schon ist schon sehr krass wenn man so nicht denn es ist schon wäre schwach ja gut kacke von dir ja ich muss da auf das haus hoch da hat lilanes ding für mich ja für mich auch so und eins sehr schön das kann ich habe ich wieder in den schalli drauf ja gut auch wenn jetzt in schalli nicht mehr wirklich viel hilft aber trotzdem ich habe jetzt wieder auf dem sturm gewähren schalli drauf und da ist wichtig ich bin laut ich mache überall einfach nur mit randale ja sowohl hast du ist jetzt das ich mache randale und ich bin stolz also so wie bei spongebob ich stinke nicht ich bin hässlich und ich bin stolz heißt das warum ich sage ich weiß weiß nicht mal was spongebob sagt natürlich das war ein test wir sind wir sind nicht hässlich wir stinken also ich rede es gerade davon ok nein was ich will da auch da wo wir sollen ja nach infos sammeln genau auf jeden fall zimmer kristin haben wir ja noch einen und werden das wahrscheinlich was heißt wahrscheinlich werden es auf jeden fall durchspielen episode 1 und dann schauen wir mal wann episode 2 und 3 mal kommt dass man vielleicht je nachdem wie schnell man episode 2 halt durch bekommt die episode 3 sind ja auch nur zehn missionen oder fünf missionen oder dort sind dass man vielleicht die episode 2 und 3 hintereinander macht aber das wird natürlich erst mal ein bisschen dauern ein grund zur sorge das spiele mobbt mich ich will da hoch was wollen sie ich suche nach silverback sie werden silverback nicht finden er findet sie er kommt regelmäßig her und nimmt leute mit die nicht hart genug arbeiten wenig später gibt es dann nur noch fotos von ihren leichen vielen dank auf wiedersehen so da sieht man die leichen und foto von silverback zwar sehen dann gucken wir uns auch noch mal beziehungsweise haben uns ja eigentlich geguckt ganz kurz ja nichts der trotz wie gesagt er wird auch auf jeden fall erst mal noch ein zwischenprojekt kommen was man denn auch schon denn bald aufnehmen tun so für einen kurzen kunden durch ist habe ich bock drauf ich auch dann wird so große kunden dann auch bald geben also ich freue mich klar du bist jetzt hier rauskommt ist es wahrscheinlich november würde ich jetzt mal schätzen sehr sehr stark schätzen oder nichts noch mal laufen können das ja noch mal gut da das ist dann der zweite teil davon schon draußen ob dann der zweite teil von dem spiel was wir spielen werden schon draußen und kann der noch mal kann man nicht erst nächstes jahr weiß ich doch nicht darum frage ich dich doch du kannst ja google wenn wir fliegen die drei kilometer kann ich muss sich aber nicht ja ist richtig aber deshalb sind halt die heißen facts heißt ja hab doch gehört heißt und für eine ausrüstung von der edlen blüte bin ich da jetzt gelaufen oder was ich habe jetzt erhofft dass das irgendwie ein geiler ausrüstungsgegenstand ist und zwar ausrüstung zum anziehen denn west oder sowas denkste immerhin habe ich schon mal nachschuhen auch von der 1 ich komme so langsam der 100 auf jeden fall mehr so langsam kann es lang so so siehst du ich darf nicht vergessen dass ich hier das auf jeden fall denn noch umbenennt du beziehungsweise episode einzelner dazu schreibt weil kann man sich halt immer noch offen lassen ob man die so zwei oder drei macht so weiß man auf jeden fall pass auf das ist die einzige haupt story ja musste tun und jetzt wird hart gegoogelt ganz ganz hart ich muss gucken dass ich nicht aus versehentlich den namen ausspreche ja frage ist halt wann normalerweise ist das nach wurde für 2020 angekündigt 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 ja ja da wir gucken mal genau so ich räume schon mal auf du brauchst ja nichts mehr irgendwie doch drohen braucht es ja noch ja na gut kann ich versprechen dass ich die überleben dass sofern sie auf mich schießen sind sie tot da den krieg so nicht schade ach das wurde auf unbestimmte zeit verschoben ich wollte gerade sagen es ist zwar relativ klar corona lässt grüßen ganz herzlich wenn schatz hier nirgends eine drohne für mich natürlich nicht ok komm zeig dich wie kann er mich sehen wenn er sich noch nicht mal gezeigt hat das verstehe ich halt nicht komm her mir ein bein nicht den kopf so der ist da beziehungsweise er liegt ein auto kommt von hinten und der typ ist auch endlich dauernd ach so das ist noch nicht alles klar natürlich er lässt hat bei sich die granate langsam langsam greifen neutralisieren doch ich bin gleich tot ich glaube ich bin schon tot ja ich hing halt nur noch in der animation fest gg und das hätte die drohne wirklich noch eine drohne umher lol ok nur gut also haben wir auf jeden fall eine kommt zu dir hoch wie wäre ich es kommt noch ein zweiter zu dir hoch jawoll na egal auf jeden fall haben wir denn für das nachfolge spiel ja gut war ein bisschen ungünstig naja egal ich bin auch am überlegen solche projekte dann doch vielleicht als hauptprojekte laufen zu lassen statt neben projekte also das hier wird auf jeden fall neben projekt auf jeden fall weil ja da 30 noch am laufen habe und denn call of duty black ops gut gut war nicht gut war gut war dann auch noch relativ zügig halt haben will und dass man denn trotzdem da nochmal irgendwie ein paar projekte noch anderes einschiebt naja mal gucken wie man es halt am besten macht so eine sekunde 0 ich steig bei dir ein dass sich erst mal schauen und dann sind ja noch andere videos in planung ganz ganz viel in der hoffnung dass youtube doch nochmal zum leben erweckt wird bei mir auf dem kanal zum wissen ach das wird schon ist jetzt eigentlich da ja muss mich ganz kurz zu heilen ich bin 98 hinter mir hinter dir wir stehen relativ gut so dass man die typen gerade ja eigentlich befragen kann die sind beide verletzt sie kann man beide für hören wenn man will ok reicht schon wenn man ein führer okay dann stirbt das automatisch ich kann nicht der bringt mich um oh ja und was glaubst du was ich tue du verstehst das nicht der ist total krank im kopf hast du die fotos gesehen wo ist der ok die gegend heißt gut ob man er musste irgendwo ein versteck haben ja ich würde das ganz gerne das blaue teile haben schüsse gehört ja mensch wieso wo das sind doch viele viele sind halt immer noch extrem viele ich will diese drohne na große klasse da ist ein börse ach nee no shit ja mensch das wäre mir nicht aufgefallen danke dass du es sagst der mörser ist aber gleich putt so mörser ist putt braucht man Hilfe bei der drohne nein ich bei dem anderen heini der herrscht mann grüß die fix nochmal ouch ich bin tot egal wir haben die info das heißt wir brauchen einfach ich meine drohne nee doch na doch keine chance drohne gibt nicht da drücken sie x um ihre drohne einzusetzen vielleicht kannst du hier abschießen vielleicht christian was das hat man gehört so das problem ist unser helis wahrscheinlich ja denn würde ich mal sagen so leicht dezent suchen wir uns mal einen heli und zwar den da hinten das heißt wir müssen erstmal das aufräumen und sehen uns dann an der base von dem guten silverback also bis gleich der dicke jumbojet ist geland ja und das auch wieder die einleitung auf geht's wir sind da 300 meter ich habe mich mal ein bisschen weiter abseits positioniert weil jetzt waren doch ein bisschen viele für mich mein geschmack wenn ich da einst in rheinland da rechts fährt eine drohne meine letzte drohne die gehört mir genau so dann mache ich die anderen schon mal kaputt zack so weil wir müssen da jetzt nämlich sowieso hin und und wir müssen natürlich auch ein bisschen was kaputt machen so sehr noch nicht ein großes kino was hat mich jetzt entdeckt eine kleine drohne was die große drohne fährt aber noch ja irgendwas hittet mich grad die ganze zeit ja super irgendwelche kleinen drohen oder sowas das war ja betont ist ich liege sehr ungünstig ich kann dich nicht retten ich sage darum sage ich ja ich liege sehr ungünstig aber naja passt schon einer steht direkt an meine leiche den kann man super wechseln ja 38 sekunden auch denn es hier die verstärkung ja wieder jetzt können wir eigentlich noch mal kurz gucken was so die fähigkeit gucken nicht die fähigkeiten hier noch mal kurz mal für mission kann ich noch mal ganz kurz unbedingt gucken episode 2 hat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 die frage ist halt wenn man alles machen kann 10 ich glaube nicht dass man alle machen muss würde ich jetzt mal schätzen vielleicht 1 2 vielleicht 5 oder so und die episode